wuuch wenn die auf alle tüchten geil ruch Das ist ein schein Job. Ihr habt ein Feedback vom Busfahrer gehört? Er sitzt da unten und raucht. Ja, er ist aber gerade gefahren. Das ist schon ein bisschen spooky. Oh, aber nicht so weit. Spooky. So nice. Tarot. Jetzt haben wir GRONSEN controversy. Auf dieser Ciao.